Hallo und herzlich willkommen zu Teil 9 unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 und wir gucken uns heute einmal das Thema EKG und Blutdruck an. Eine der Funktionen, die ja, wie soll ich sagen, eins der Herausstellungsmerkmale, zumindest im breiteren Felde für die Samsung Galaxy Watch sind. Es gibt andere Hersteller, aber eben nicht viele und das gucken wir uns heute mal an. Ja, die App, die wir nutzen müssen, ist ja der Samsung Health Monitor und der Health Monitor, der ist tatsächlich nur für Samsung Galaxy Smartphones verfügbar. Das ist die offizielle Sprechart sozusagen. Es gibt aber einige windige und findige Leute, die haben quasi diese App auch auf andere Telefone gebracht, so auf Poco und auf andere Geräte. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Die App funktioniert auch nicht zu 100% wie auf einem Samsung Smartphone, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die EKG- und Blutdruckmessung zu nutzen, sofern ihr halt eben kein Samsung Galaxy Smartphone zur Verfügung habt. So, wenn ihr das erste Mal die App startet, geht es halt erstmal damit los, dass ihr für die Einrichtung noch ein Telefon benötigt. Logischerweise, denn deswegen, das ist ja genau die Verknüpfung zu dem Samsung Galaxy Smartphone, welches ihr benötigt. Wir müssen als erstes aber mal hier noch die entsprechenden Berechtigungen erteilen, damit die App auch Zugriff auf die Sensorik hat, um dann wiederum natürlich die Messwerte zu ermitteln, die dann nachher dazu dienen, euch einen Eindruck zu eurem Blutdruck und auch zu eurem EKG zu geben. Ihr braucht auch noch ein Blutdruckmessgerät, um halt einen Vergleichswert zu ermitteln, da kommen wir aber später noch zu. Grundsätzlich ist hier erstmal unter Informationen nur die Version von der App genannt, dann unter Blutdruck geht es halt eben weiter, dass wir auf dem Telefon jetzt quasi die Uhr kalibrieren müssen, beziehungsweise nicht die Uhr wird kalibriert, sondern sie wird mit einem Messwert verglichen sozusagen. Das sehen wir aber dann gleich in der Einrichtung und bei EKG das Gleiche. Da ist tatsächlich auch nochmal, wird auch nochmal hier drauf hingewiesen, dass das Ganze natürlich keine vollständige Diagnose ist und so weiter und so fort. Da sichert sich Samsung ab. Allerdings muss man sagen, dass die Werte nach meinem Kenntnisstand schon ganz okay sind und auch von Krankenhäusern teilweise zumindest als Indikation akzeptiert werden. Grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass ihr das richtige Handgelenk ausgewählt habt, damit die App auch entsprechend sauber eure Werte ermitteln kann. Gut, legen wir los. Einmal auf Blutdruck gedrückt und ich habe es euch vorhin schon gesagt, dann geht es quasi auf eurem Telefon weiter, wenn ihr so wollt. Es sollte sich im Optimalfall jetzt auf eurem Telefon die korrespondierenden der Samsung Health Monitor App öffnen und ich zeige euch jetzt hier im linken Bereich auch mal, dass das bei mir der Fall ist. Jetzt stellt ihr hier euer Profil, wenn ihr die App zum ersten Mal installiert. Gebt euren Namen, euer Geburtsdatum ein. Wenn ihr wollt, euer Geschlecht. Muss man natürlich alles nicht tun. Erteilt noch die Berechtigung für die Benachrichtigung. Dann gibt es unten noch einen Hinweis und oben seht ihr schon, die Uhr ist jetzt zu kalibrieren. Dafür braucht ihr, ich habe es gerade schon gesagt, ein Blutdruckmessgerät. Das müsst ihr quasi jetzt gleich parallel an die andere Hand oder an den anderen Arm anschließen, an dem quasi nicht die Uhr sitzt. Das tun wir jetzt auch mal. Parallel dazu die Info, es muss hier so ein bisschen locker sitzen und ungefähr einen Finger vom Handgelenkknochen entfernt sein. An dem anderen Arm installiert ihr jetzt euer Blutdruckmessgerät. Ich zeige euch das hier mal, so sieht es jetzt bei mir aus. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wenn ihr jetzt auf weiter drückt, startet ihr jetzt euer Blutdruckmessgerät. Ich mache das hier mal, kann ich natürlich nicht mit einer Hand. Und gleichzeitig wird auf der Uhr, ihr seht es hier, in sieben Sekunden dann quasi die parallele Messung gestartet. Das dient dann sozusagen als Vergleichsmaterial. Ihr gebt jetzt gleich die Messwerte von dem Blutdruckmessgerät tatsächlich in der App ein. Parallel dazu hat ja die Uhr eine Messung durchgeführt und kann damit dann quasi ermitteln, wie zukünftig euer Blutdruck ausfallen sollte. Ihr müsst diese Kalibrierung tatsächlich auch regelmäßig erneuern, damit halt die Genauigkeit weiterhin gewahrt ist. Und wie gesagt, jetzt kann man darüber streiten, wie genau diese Werte sind. Natürlich ist es irgendwo eine Indikation, aber einige in den Kommentaren haben gesagt, dass tatsächlich in Krankenhäusern das auch wirklich als Indikation schon akzeptiert wird, um dann halt weiter mit professionellen Geräten natürlich zu messen. Das dürfte aber, denke ich, jedem klar sein, dass die Uhr hier natürlich kein professionelles Messgerät ist, welches Ärzte im Krankenhaus verwenden. Gut, aber ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Grundsätzlich ist jetzt die Messung abgeschlossen. Hier seht ihr 138 zu 89. Eieiei, ich müsste mal gucken, dass das auch mal wieder in einen noch normaleren Rahmen gerät. Das geben wir jetzt links ein, tragen da die Werte ein, die wir gerade auf unserem Messgerät ermittelt haben. Und dann weiß, wie gesagt, die App oder beziehungsweise die Uhr, dass das die Messung ist, der ich meine Messung zuordnen kann. Und schon läuft das Ganze. Das Ganze müsst ihr dreimal machen und danach ist das Thema durch. Ich habe es jetzt hier abgekürzt. Das dürfte, denke ich, klar sein, läuft immer gleich ab. Und wenn ihr die drei Messungen dann durchgeführt habt, also quasi die drei Kalibrierungsmessungen, dann könnt ihr tatsächlich auch ohne das Blutdruckmessgerät mit der Uhr eine Messung durchführen. Und das machen wir jetzt hier auch mal. Und dann seht ihr hier, dass hier jetzt dieser Dialog erscheint, den wir vorher nicht hatten. Gleiche Beschreibung wie vorhin schon. Und schon geht die Messung los. Und wir sehen jetzt hier, dass entsprechend der Fortschritt auch angezeigt wird. Das dauert im Normalfall eigentlich nicht länger als, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder sowas. Dann ist die Messung auch schon durch. Dann wird sie einmal natürlich auf eurer Uhr angezeigt. Aber, und das ist natürlich das Wichtige, sie wird auch in der App nochmal angezeigt, sodass ihr einen Überblick behaltet über die einzelnen Messungen, wann ist was gewesen. Ihr könnt auch eine Notiz hinzufügen, falls das notwendig ist, damit die Infos da entsprechend für euch da sind, und was vielleicht an Besonderheiten an dem Tag gewesen sind. Gut, weiter geht es dann jetzt mit dem EKG. Ja, die EKG-Messung, die ist ein kleines bisschen einfacher. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass ihr auf dem Smartphone jetzt gleich die Einrichtung machen müsst, sondern es geht mehr darum, dass auf dem Smartphone noch Informationen und Hinweise gegeben werden. Denn das ist auch hier, sichert sich Samsung natürlich ab, gibt ganz viele zusätzliche Hinweise. Was bedeutet das? Was sind das für Einschränkungen? Und so weiter und so fort. Wer will, kann sich das jetzt hier mal angucken. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das kann man sich alles nochmal im Detail dann durchlesen. Und es gibt auch Einschränkungen, was solltest du wissen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die Samsung natürlich macht, um sich da rechtlich abzusichern, damit keiner nachher sagen kann, eure App hat keinen Vorhofflimmern oder was auch immer erkannt. Danach geht es aber dann auch weiter mit quasi auch hier einer, ja wie soll man sagen, ich will gar nicht sagen Kalibrierungsmessen, sondern hier ist eigentlich nur, glaube ich, so eine Testmessung. Wenn da einer Näheres weiß, lasst es mich gerne wissen. Aber hier geht es jetzt tatsächlich darum, dass nur noch die Messung eigentlich durchgeführt wird. Es hat jetzt gar nichts mehr mit Kalibrierung oder so zu tun, sondern es ist ein reiner Informationsstand. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht wieder in die Health Monitor App rein, geht dann auf EKG. Und gut, in dem Fall war EKG schon vorausgewählt. Ich lege den Arm jetzt mal unten ab. Wir legen den Finger auf quasi den oberen Knopf und ihr seht, die Zeit läuft jetzt runter. Währenddessen wird das EKG, ich weiß nicht, geschrieben nennt man das, glaube ich, oder gemessen, wie auch immer. Und dann habt ihr danach die entsprechende Auswertung und seht dann auch in der App den entsprechenden Verlauf und so weiter und so fort, sodass ihr da alle Details abrufen könnt, die gegebenenfalls für euch und oder auch den Arzt relevant sind. Ihr könnt sogar aus der App heraus das Ganze dann verschicken, wenn ihr wollt. Also all diese Funktionalitäten sind da mittlerweile gegeben und funktionieren aus meiner Sicht auch ganz gut. Hier seht ihr es. Erstmal keine Symptome, ist erstmal gut und zufriedenstellend. Ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Freut mich, wenn ihr im nächsten Video auch wieder einschaltet. Am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen als Alexa, Kamera aus. Okay.